Hallo Filmstaatsfans, ich bin Sebastian. Moment, das ist ja hier überhaupt nicht Filmstaats. Das scheint mir ein Unknown Kaijuverse zu sein. Bin ich etwa in einer Multiverse-Variante von YouTube gelandet? Ich weiß es auch nicht. Nein, Scherz natürlich hier, du am Rande. Ihr seht den Godzilla hier hinter mir. Ihr kennt diesen Kanal. Ihr wisst, hier geht es um Godzilla. Und ich freue mich sehr, dass wir hier am 18.09. wirklich mal ein bisschen ausführlicher über den Original-Godzilla sprechen. Auch über die Anime-Godzilla-Serie, die vor kurzem auf Netflix lief. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Freut ihr euch hoffentlich auch drauf? Wir sehen uns am 18.09. hier bei Unknown Kaijuverse. So, das Video geht jetzt gleich los. Ich möchte euch nur ganz kurz darauf hinweisen, dass wir am 18.09. um 13.30 Uhr unseren Livestream haben. Das heißt, Sebastian von Filmstaats und ich quatschen über Godzilla. Und zum anderen möchte ich mich noch für meine Schniefgeräusche und meine etwas kränkliche Art während des Videos entschuldigen. Ich habe es ein bisschen mit den Nebenhöhlen. Das merkt man in dem Video, glaube ich, dann schon. Ja, ich wünsche euch dennoch ganz viel Spaß damit. Ich habe tatsächlich schon eine Filmkritik zu den allerersten Godzilla-Filmen angekündigt, als der erste Trailer zu Godzilla vs. Kong rausgekommen ist, ist jetzt schon ein bisschen her tatsächlich. Und ich kam irgendwie nicht dazu, beziehungsweise ich kam dazu, die Filme zu gucken, habe dann aber die Filme doch irgendwie schon so weit geguckt, dass ich die davor wieder rewatchen musste, um wieder eine Kritik darüber zu machen, beziehungsweise erst mal die erste Kritik dazu zu machen. War nicht so ganz durchdacht gewesen irgendwie das Ganze. Hiermit aber jetzt offiziell, da fehlt ein Wort, hiermit fange ich jetzt aber offiziell die Godzilla-Reihe an, beziehungsweise meine Kritiken zu jedem einzelnen Godzilla-Film. Und zwar wirklich von Anfang an 1945, falschrum, 54, passiert mir immer wieder, bis eben hin zum aktuellsten Film. Vielleicht kommt ja noch einer dazu, bis ich damit durch bin, keine Ahnung. Ich werde mir die auf jeden Fall alle anschauen, werde das Ganze so machen, dass ich immer zuerst eine mehr oder weniger spoilerfreie Kritik halte. Die Filme sind auf der einen Seite schon echt alt, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ein oder andere von euch sagt, der möchte die Filme auch nochmal schauen oder auch das erste Mal gucken, versuche ich da nicht allzu viel vorwegzunehmen. Allerdings, ich nenne es auch nicht wirklich eine spoilerfreie Kritik. Es ist, ich quatsche einfach über den Film. Meine Kritik kommt einfach so daraus. Ich werde das Ende nicht verraten. Das Ende werde ich nicht verraten. So viel kann man schon mal sagen. Das heißt, es gibt dann immer so eine kleine Kritik von mir, die wird so um die acht bis zehn Minuten lang gehen. Und dann möchte ich danach immer mal ausführlich über den Film sprechen, am besten in einem Livestream mit dem einen oder anderen. Vielleicht auch gerne mit einem von euch, wenn ihr Lust darauf habt. Und jetzt, ja, ihr habt es ja schon mitbekommen in der Ankündigung im Intro zu dem Video. Die Stimme von Filmstarts Sebastian höchstpersönlich wird mit mir zusammen diese Reihe quasi eröffnen und mit mir über Godzilla von 1954, aber auch über Godzilla Singular Point sprechen. Das Ganze wird am 18.09. stattfinden. Wahrscheinlich morgen zum Zeitpunkt dieses Videos. Ich kam echt nicht dazu, das Video aufzunehmen. Auf jeden Fall, mich freut das Ganze total, dass Sebastian mit am Start ist. Und wir quatschen einfach dann wirklich ausführlich über den ersten Godzilla Film und eben über Singular Point. So viel erst mal dazu. Und jetzt fangen wir mal an mit meiner kurzen Kritik zu Godzilla. 1954, viel Spaß. Zuallererst muss man natürlich sagen, der Film fällt einem erst mal auf, weil er eben schwarz-weiß ist. Und mich hat das Ganze nicht wirklich gestört. Tatsächlich gab es bestimmte Effekte, die dadurch besser gewirkt haben, durch das Ganze schwarz-weiß. Ich fand zum Beispiel einmal, das Wasser sah wesentlich besser aus. Es gibt bestimmte Szenen, da hat man Modellschiffe ins Wasser gesetzt. Man hat eben damals auch sehr viel auf Modelle gesetzt. Das fällt in schwarz-weiß nicht wirklich auf in vielen Szenen. Und das Wasser hat wesentlich bedrohlicher gewirkt. Es gibt auch eine Alternativversion von diesem Godzilla, dem man Farbe hinbeigefügt hat. Ich fand die schwarz-weiß-Version um einiges besser. Und das Ganze fängt schon relativ intensiv an. Wenn man eben auch weiß, worauf das Ganze sich jetzt eben beruft. Und zwar ist Godzilla ja wirklich entstanden, um quasi eine Manifestation der Angst vor Atomwaffen zu haben. Godzilla ist quasi die personifizierte Angst vor Atomwaffen oder die personifizierte Macht der Atomwaffen. Und der Film beginnt dann eben auf einem Fischerschiff, soll es glaube ich sein. Und die Stimmung ist super gut und die Crew, die Besatzung, die feiert und spielen irgendwie Karten. Und auf einmal sieht man einen Blitz unter Wasser und es kommt Rauch auf und das Schiff geht unter. Und diese Eröffnungsszene nimmt tatsächlich Bezug auf einen wahren Zwischenfall in der Geschichte der Seefahrt. Und zwar geht es hierbei um das Fischerboot mit dem Namen Lucky Dragon Number Five. Oder das Respektable an der ganzen Sache ist, dass man auch hier wirklich den Namen des Bootes übernommen hat. Das heißt, auch im Film heißt das Boot wirklich so, wie es auch in echt hieß, bevor es eben untergegangen ist. Während die Besatzung im Film dann eben auch darunter leidet, dass eben Godzilla auf einmal erscheint. Man sieht ihn noch nicht, aber das ist eben Godzilla, der das Boot quasi niederreißt und dann die Besatzung zum Teil tot, zum Teil schwer verletzt, irgendwie ans Ufer gespült wird und eben auch verstrahlt ist. Auch das basiert eben auf einer wahren Begebenheit, nämlich auf dem gleichen Schiff, das damals einem Atomwaffentest zu nahe gekommen ist. Beziehungsweise eigentlich hätte man vor dem Abwurf der Atombombe mal darauf achten sollen, ob da vielleicht Leute in der Nähe sind. Und dann wurden damals auch die Leute wirklich verstrahlt. Das bedeutet, die Szene, die wir hier am Anfang sehen, ist eine 1 zu 1 Kopie nahezu von den damaligen Geschehen. Und das war schon eine riesige Tragödie gewesen, weil das einfach so die Angst der Atomwaffen auch angefeuert hat. Und im Film feuert das eben die Angst vor Godzilla an. Und dann beginnt der Film eben relativ mythisch. Wir sind auf einer Insel und lernen dann erstmal so ein bisschen das Volk kennen. Und das Volk weiß schon von Godzilla. Damit habe ich später noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Denn später im Film wird erklärt, dass Godzilla jahrtausendelang unter Wasser geschlafen hat. Und durch die Atomwaffentests wurde er erst wieder aufgeweckt. Am Anfang des Films wird uns aber erklärt, dass Godzilla schon bekannt war. Und Godzilla, quasi der Mythos von Godzilla auf dieser Insel ist, dass er so lange Fisch frisst, so lange eben noch Fisch da ist. Wenn der Fisch aber dann leer ist, sei er leer gefischt oder eben leer gefressen worden, dann kommt er an Land und sucht anders Nahrung. Und damit Godzilla nicht an Land kommt, hat man damals Frauen auf Loße gebunden und die ins Wasser geschickt, damit Godzilla die eben fressen kann. Diese Vorfälle machen aber keinen Sinn mehr zu der Erklärung, die dann später folgt, dass Godzilla eigentlich tausend Jahre lang geschlafen hat oder noch länger. Ich meine, es wird gesagt, dass Godzilla zu Zeiten der Dinosaurier eingeschlafen ist und jetzt durch die Atomwaffen wieder erweckt wurde. Dann könnte er aber gar nicht zwischendurch nochmal irgendwie auf die Insel gekommen sein. Ich habe da auch vielleicht was falsch verstanden, denn hier muss ich jetzt ganz kurz mal eine richtig große Kritik an Amazon raushauen. Ihr habt mir alle gesagt, guckt ihr den Film auf Japanisch an, macht halt Deutschuntertitel drunter, ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Ich habe mir gedacht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die deutsche Version so schlecht ist. Und hier kann ich euch schon mal sagen, wenn ihr die Chance habt, guckt euch den Film doch auf Japanisch an. Und das sage ich als jemand, der Anime-Filme nie auf Japanisch guckt, weil ich einfach diese Aussprache schrecklich finde. Aber das Problem ist hier ganz einfach, es gab wohl früher in der Kinofassung, die in Deutschland gekommen ist, kam der Film in Deutschland überhaupt im Kino? Zumindest die deutsche Fassung hat einige Szenen rausgeschnitten. Da hat man sich dann eben gedacht, ja okay, cool, wir machen das eben jetzt so, wir schneiden die Szenen, die früher rausgeschnitten wurden, jetzt aber mit in den Film rein, damit die Käufer oder eben die Zuschauer des Films jetzt den kompletten Film gucken können. Die Szenen sind auch im Film mit drin. Allerdings sind die auf Japanisch ohne Untertitel. Ihr habt keine Chance, irgendwas einzustellen. Und ich habe dann teilweise da gesessen und habe mir gedacht, ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Es gibt eine Szene, in der dann irgendwann diskutiert wird, wahrscheinlich über wie man Godzilla umgehen soll. Und auf einmal gibt es dann eine Partei, die aus Männern besteht, und eine, die nur aus Frauen besteht. Und auf einmal kappeln die sich miteinander während der Diskussion. Und ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Und es gibt ein paar solche Szenen im Film, die auf einmal einfach umswitchen ins Japanische und du wirklich keine Ahnung mehr hast, worum es dir gerade geht. Das bringt einen wirklich extrem raus aus dem Film. Okay, zurück zur Chronologie. Wir sind dann eben auf unserer Insel. Hier wird dann eben schon der Godzilla angeteasert, als mystisches Wesen, der immer wieder an Land kommt, wenn eben keine Nahrung mehr im Meer zu finden ist und fängt dann eben an, die Inselbewohner zu tyrannisieren. Und genau das passiert dann eben auch. Der Godzilla kommt an Land. Man weiß nicht genau, wieso. Vielleicht erfährt man es in den japanischen Sequenzen. In dem Deutschen wird auf jeden Fall nicht gesagt, dass er an Land kommt, weil leer gefischt wurde. Und dann sehen wir hin und wieder noch einzelne Fischerboote, die auch wieder verschwinden. Und auf einmal geht dann auch die ganze Szenerie auch über zur Regierung. Und plötzlich entfernen wir uns von der Insel und sehen dann eben auch, wie die Regierung mit eingreift, wie die Presse damit umgeht. Und das Ganze irgendwie noch so unter Kontrolle zu halten. Das fand ich übrigens sehr cool. Ich muss sagen, dass der Film, alleine wie er mit der Gefahr von Godzilla umgeht, wirklich alles richtig gemacht hat. Das habe ich von Anfang an nicht so erwartet. Zumal der Film eben schon sehr alt ist. Und ich dachte, es wird eigentlich sehr viel durchgehetzt bei dem Film. Das passiert nicht. Godzilla hat relativ wenig Screentime dafür, dass der Film Godzilla heißt. Und da beschweren sich manche Leute wirklich über den aus 2014. Das war dann auch ein bisschen schlimmer, ja. Aber hier hat er auch nicht gerade wirklich viel Screentime. Was auch daran liegt, dass eben die Möglichkeiten, was Godzilla machen kann, extrem eingeschränkt waren. Ist eben ein Mann in einem Gummikostüm. Und der kann halt nicht allzu viel machen, außer rumlaufen, schreien und Häuser umboxen und umtreten. Aber gut, die haben das Beste draus gemacht. Und das Interessanteste an dem Film sind aber wirklich die menschlichen Konflikte, jedenfalls für mich. Und das sind ja die großen Schwachstellen aus den neuen Godzilla-Filmen, dass die Menschen sich verhalten wie Idioten. Hier war das anders. Hier war das, die Katastrophe war nachvollziehbar. Man hat wirklich versucht zu erforschen, okay, was ist das überhaupt für eine Kreatur? Man hat dann Pressekonferenzen eingehalten. Wissenschaftler sind aufgetaucht, die plötzlich mit Dinosauriern angekommen sind. Kann das ein Dinosaurier sein? Oder was haben wir überhaupt hier vor uns? Was für eine Kreatur ist das? Und dann wird irgendwann festgestellt, ja, okay, der Godzilla hat wohl Millionen Jahre lang geschlafen und ist jetzt durch Atomwaffentests wieder aufgewacht und kommt deswegen an Land. Und wie gesagt, das beißt sich eben mit dem, was uns am Anfang vom Film erzählt wird. Da kann man natürlich auch sagen, ja, okay, das erzählt am Anfang so ein etwas älterer Herr. Das ist einfach ein Spinner. Ich glaube, hier hat man einfach wirklich, ja, ein bisschen eine Logiklücke reingesemmelt. Oder man erfährt es vielleicht im Japanischen besser als im Deutschen. Wie gesagt, das war hier alles ein bisschen konfus. Und die ganze Entwicklung, wie die Regierung damit umgeht, wie die Presse damit umgeht, wie die Zivilisten damit umgehen, dass diese Bedrohung existiert, das war schon sehr cool gemacht. Natürlich alles sehr overacted, wie es im Japanischen generell so ist. Hier nochmal ein bisschen schlimmer. Die schauspielerischen Leistungen hier, die variieren sehr stark irgendwie zwischen, also ganz monoton und eben sehr aufgedreht. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Und das kennt man eben aber auch so aus japanischen Filmen oder eben auch aus dem Anime. Da ist das eben alles sehr overpowered oder einfach monotones Geschwätz. Und so ist das eben hier auch. Muss man drüber wegsehen können. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist, dass Godzilla nicht einfach nur als diese Kreatur in Erscheinung tritt, die quasi aus dem Wasser raustrampelt und alles kaputt macht. Sondern er ist eine Gefahr, die auch wirklich noch eine Gefahr mit sich bringt. Denn es wird nämlich später dann gezeigt, dass bestimmte Quellen auf der Insel radioaktiv verseucht sind. Und der Grund ist eben ganz einfach, weil auch Godzilla radioaktiv verseucht ist. Und Godzilla ist radioaktiv verseucht durch die Atombomben-Tests der Menschen. Das heißt, wir haben dieses Vieh einfach noch wesentlich tödlicher gemacht. Denn diese Atom-Patschikel haben sich auf seine Schuppenhaut gesetzt. Und die trägt er mit sich rum, wenn er an Land geht. Und natürlich auch, wenn er im Wasser rumschwimmt. Das fand ich sehr cool, dass wir die Kreatur nicht nur aufgeweckt haben, sondern dass wir durch unsere, durch diese naive Art, unsere Waffen zu testen, einfach wahllos durch die Gegend zu ballern. Wie wir es halt aber auch wirklich machen. Dass dadurch der Godzilla wirklich zu einer Gefahr wurde, zu einer radioaktiven Gefahr. Und dann gibt es dann eben ein paar Szenen, in denen Godzilla an Land kommt und er dann bestimmte Sachen zerstört, wie Häuser oder auch eine Bahn. Das Coverbild zum Beispiel. Es war gut umgesetzt. Irgendwie verbinde ich mit solchen Filmen mehr Hollywood als mit den Filmen von heute. Wenn man sich hier wirklich überlegt hat, okay, wie kann man das Ganze jetzt schön in Szene setzen? Heutzutage ist das irgendwie alles, ja, es ist unmöglich, also machen wir es CGI. Das CGI sieht heutzutage meistens gut aus. Die ganzen Kritiken, die sagen, CGI sieht schlecht aus, das ist natürlich Schwachsinn. Das ist dann wirklich gejammer auf sehr hohem Niveau. Aber es ist natürlich wesentlich mehr Liebe drin, wenn man das Ganze einfach praktisch macht. Und damit verbinde ich auch wesentlich mehr das Thema Film. Und das hat mir in dem Film sehr gut gefallen, dass man hier logischerweise auf solche praktischen Tricks zurückgreifen musste, die manchmal eben ein bisschen billig aussehen. Es gab eine Szene, in denen der Godzilla das allererste Mal an Land gekommen ist. Da sieht man dann so einen Helikopter an der Kamera. Und ich weiß nicht, ob man versucht hat, uns zu erzählen, dass es ein echter Helikopter ist oder ob man zeigen wollte, das ist ein Spielzeug-Helikopter, das vielleicht ein Kind verloren hat. Den vielleicht ein Kind verloren hat. Und ich kann euch immer noch nicht sagen, was da jetzt genau der Fall ist. Das sah ein bisschen seltsam aus. Aber ansonsten ist da schon sehr viel Liebe drin gewesen in dem ganzen Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film bis zu einem bestimmten Punkt lediglich geguckt, um in das Thema reinzukommen. Es hat lang gedauert, bis ich mit diesem Film wirklich warm geworden bin. Weil ich aber einfach nicht wusste, worauf das Ganze hinausläuft. Der Film wird, nachdem Godzilla angegriffen hat, nachdem Godzilla wieder weg ist, wird er wirklich intensiv. Und intensiv auf einer ganz krassen Stufe, da habe ich wirklich auch, ich war wirklich daraufhin mal gefesselt von dem Film, bei dem ich am Anfang noch teilweise mal lachen musste. Dann habe ich hier und da nochmal zurückspulen müssen. Ich habe vor allem den Rollladen hier runter machen müssen, weil der Schwarz-Weiß-Film ist so grell manchmal. Gerade wenn Licht reinfällt, wird das Ganze so grell, dass man wirklich in einem dunklen Raum sitzen sollte, um den Film zu genießen. Und dann sieht man auf einmal die Auswirkungen des Angriffes von Godzilla. Und das ist wirklich fies, weil plötzlich sieht man, wie Ärzte durch ein zerstörtes Krankenhaus laufen und einen Detektor vor der Nase. Und die laufen an Kindern entlang. Und bei manchen dieser Kinder schlägt der Detektor einfach voll an. Das heißt, diese Kinder sind radioaktiv verseucht. Und sowas einfach zu zeigen, da habe ich mir das erste Mal gedacht, das fehlt komplett in unseren aktuellen Godzilla-Filmen, im Monsterverse. Da gibt es irgendwie keine Konsequenzen. Ähnlich wie auch bei jedem Marvel-Film. Hier hat das alles Konsequenzen. Und zwar wirklich gravierende Konsequenzen. Nämlich radioaktiv verseuchte Menschen, die dann irgendwie auch abgekapselt werden müssen. Weil sonst stecken sie ja andere Leute an quasi. Man steckt sich nicht mit Radioaktivität an. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das war echt heftig. Weil auf einmal hat man dann dieses Kriegsszenario. Das sah wirklich aus wie Bilder aus einem echten Krieg. Die Kinder, die weinen. Die panischen Eltern teilweise geschockt, die einfach nur mit aufgerissenen Augen da sitzen und gar nicht blicken, was gerade wirklich passiert ist. Und hier muss man wirklich sagen, der Angriff von Godzilla selbst kam überhaupt nicht so mächtig rüber. Aber als man dann die Konsequenzen danach gesehen hat, die Auswirkungen von diesem Angriff, das war wirklich fies. Und dann kurz darauf sehen wir eben dann auch, wie eine neue Waffe entwickelt wird. Beziehungsweise haben wir es schon vorher gesehen. Es wird hier nämlich der Oxygen Destroyer vorgestellt. Dachte ich mir auch, hm, habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Zum Teil von euch in den Kommentaren. Zum Teil war der ja auch in King of the Monsters zu sehen. Und ich dachte mir, okay, der kommt, also die Idee davon, kommt also aus dem ersten Godzilla-Film. Das fand ich ziemlich cool. Der wird dann eben vorgestellt. Und wird dann aber eben auch unter Verschluss gehalten, weil es eben heißt, ey, diese Waffe darf einfach nicht an die Öffentlichkeit geraten. Dann am Schluss sagt man eben doch, okay, die Waffe muss an die Öffentlichkeit geraten. Und dann gibt es auch wieder diesen Zwist von zwei verschiedenen Figuren. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn man wirklich beide Personen verstehen kann. Man kann nachvollziehen, warum beide handeln, wie sie handeln. Und zwar haben wir einmal den Professor, der den Oxygen Destroyer erfunden hat. Und der eben sagt, ey, ich kann den euch nicht geben. Wenn ihr damit Godzilla jetzt vernichtet und diesen Destroyer aber immer noch habt, könnt ihr damit weiterhin Schaden anrichten. Das heißt, Godzilla wird dann damit quasi vernichtet. Aber dann haben wir die nächste Bedrohung, die von uns Menschen ausgeht. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben einen Zivilisten. Ich meine, das war kein Soldat. Ich meine, er war ein Zivilist. Der dann eben sagt, ey, wir müssen immer den Godzilla irgendwie aufhalten. Sonst wird er nämlich immer mehr zerstören. Das geht ja immer weiter. Du hast jetzt die Technik, mit der wir quasi alle retten könnten. Also darfst du sie auch nicht unter Verschluss halten. Und man sitzt als Zuschauer wirklich da und denkt sich, ja, ja, ja. Also beide Argumente, beide Personen haben super Argumente dafür gehabt. Und sowas mag ich einfach. Das sind bessere Dialoge, als wir nochmal als Negativbeispiel heute in den Godzilla-Filmen haben. Und ich verstehe jetzt wirklich, warum Godzilla-Fans, Hardcore-Godzilla-Fans, ihre Schwierigkeiten mit den Neuinterpretationen haben. Es liegt nicht am Design, auf gar keinen Fall an der Technik. Die Filme sehen ja super krass aus. Es liegt an der Message. Die Filme von heute haben keinerlei Message. Außer dass ein Kampf mit ganz viel Zerstörung ist cool und am Ende ist der, der gewinnt, dann doch der Held. Ich meine, Godzilla hat wahrscheinlich mehr Leute gekillt, als der Mutro selbst. Und am Ende vom ersten Film wird er als Held gefeiert, während er die Kamera verlässt. Eine Kreatur, die einfach nur durchs bloße Aufstehen aus dem Wasser für einen Tsunami sorgt. Das wird alles überhaupt nicht behandelt. Und das haben wir aber in dem Film jetzt hier wirklich perfekt behandelt. Diese Gefahr, die dadurch einfach ausgeht, aber eben auch die Gefahr, die dadurch ausgeht, dieses Wesen zu vernichten. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und dann gibt es dann eben auch noch ganz zum Schluss einen ziemlich coolen Satz, der quasi alles dann zusammenfasst. Ich kann jetzt hier nicht eins zu eins zitieren. Aber da geht es einfach eben darum, Achtung, Spoiler. Ja, ab jetzt kommt ein Spoiler. Wenn ihr es nicht hören wollt, dann könnt ihr jetzt ausschalten. Godzilla wird natürlich am Ende dann getötet. Und man sieht dann eben sein Skelett auch unter Wasser. Dann taucht eine Person in der Kamera auf und erzählt dann quasi, naja, ihr könnt euch jetzt zwar freuen, ihr könnt erst mal durchschnaufen, aber Godzilla ist nicht die einzige Gefahr, die wir haben. Wenn wir diese Waffe nicht kontrollieren können, quasi gibt es die nächste Gefahr. Und das kann man natürlich so deuten, dass er damit meint, okay, da gibt es dann noch mehrere Kaijus, die kommen könnten. Man kann es aber auch so deuten, dass er eben damit meint, ey, wenn wir das nicht in der Kontrolle bekommen mit unseren Waffen, dann sind wir die nächste Gefahr. Und das hat einfach alles super cool zusammengepasst. Wie gesagt, also der Film ist perfekt in drei Teile gegliedert. Der erste Teil ist relativ mythisch, eben auf der Insel mit Godzilla und mit den Opfergaben. Dann haben wir eben den Mittelteil, in dem Godzilla dann auch die Stadt angreift. Und dann haben wir eben noch den Schlussteil, der für mich der stärkste Teil war, wo man eben die Auswirkungen von Godzilla sieht. Es gibt eine Szene, in der einfach ein Kirchenchor anfängt zu singen. Und da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. So, das war unfassbar dramatisch. Und dann sieht man noch, wie Menschen ihre Toten begraben und dann auch noch Särge begraben. Und teilweise sieht man einfach auch so ganz kleine Särge. Und du denkst dir, ey, die wollen mir jetzt gerade ernsthaft hier zeigen, wie Kinder gestorben sind. Das ist eine komplette Hommage mit an den Zweiten Weltkrieg. Plus eben noch die Angst vor Atomwaffen. In einem Film gepackt mit Godzilla eben als perfekten Antagonisten. In dem Film noch. Der hat mir vom Design her ein bisschen zu süß ausgesehen, tatsächlich. Ich fand den nicht so bedrohlich. Und deswegen hat es bei mir auch ein bisschen länger gedauert, bis ich da richtig drin war. Weil Godzilla sieht halt nicht so bedrohlich aus. Und er kann auch nicht allzu viel machen. Er ist sehr behäbig und sehr langsam. Und er läuft dann in ein Stromgitter rein. Er ist also auch nicht unbedingt sehr helle. Aber als man dann wirklich die Auswirkungen von dem Ganzen sieht, hat er schon wirklich verdammt viel Impact für mich gehabt. Und deswegen muss ich wirklich sagen, dass ich froh bin, mit diesem Film eingestiegen zu sein. Ich kann auch jedem empfehlen, wenn er in diese Godzilla-Welt einsteigen will, mit dem Film einfach anzufangen. Da muss man ein bisschen Liebe für den richtigen Film haben. Für den Film, wie er eben früher war. Da muss man mit dem Schwarz-Weiß klarkommen. Und eben damit, dass man hier versucht, Lösungen zu finden, um bestimmte Szenen darzustellen. Ich finde das sehr cool. Mir hat das echt sehr gut gefallen. Und muss hier wirklich einfach sagen, wenn ich dem Ganzen eine Wertung geben sollte, wir können hier mit einer Wertung mal anfangen, ist beim ersten Film immer sehr schwierig. Ich dachte wirklich, ich muss mich hier mehr durchquälen, auch wenn ich Spaß in alten Filmen hatte oder habe. Also würde ich jetzt sagen, wenn wir bei 10 Punkten ansetzen, würde ich dem Film auf jeden Fall, ich würde sagen, 6 von 10 Punkten ist ganz fair. Da muss ich leider aber die Amazon-Version mit einbeziehen, die einfach viele Szenen hat, die man nicht versteht, die man versucht, aus dem Kontext lösen zu müssen. Der Kontext ist ja Quatsch, aus der Mimik, aus den Gestiken. Im Kontext hat man eben ja nur die Echse greift an und kurz danach streiten sich Männer mit Frauen. Das macht keinen Sinn. Ohne Erklärung ist es sehr schwer, das zu verstehen. Und eben, dass dann diese kleinen, ich weiß nicht, ob es wirklich Logikfehler sind, aber es fällt auf jeden Fall auf, dass die erste Hälfte des Films erzählt eine andere Origin-Geschichte von Godzilla als die zweite Hälfte. Wie gesagt, vielleicht wird das irgendwann erklärt in der japanischen Version. Ich werde sie mir vielleicht auch nochmal angucken. Das ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Ansonsten würde ich halt wirklich sagen, kann man erst mal so stehen lassen. 6 von 10 Sterne für diesen Film hat mir gut gefallen. Und ich freue mich auf jeden Fall am Samstag mit Sebastian zusammen über den Film nochmal ausführlicher zu quatschen und dann im Laufe des Jahres eben noch mit den anderen Filmen weiterzumachen. Mal gucken, wie weit wir noch kommen, bis das nächste Jahr anfängt. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall wesentlich mehr Mühe geben. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mehr durchrushen und nicht andauernd noch andere Sachen machen. Und der Fokus wird erst mal jetzt auf den einzelnen Godzilla-Filmen liegen. So, soviel erstmal dazu. Und ansonsten war es auch mit dem Video gewesen. Ich hoffe, wir sehen uns am Samstag. Um 13.30 Uhr hatten wir festgelegt. Am 18.09. Vielleicht ist das auch schon vorbei. Und das Video ist schon hochgeladen, wenn ihr das jetzt hier seht. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.